Uh, so gut. Sieht schön aus, wenn die auf dem Rücken ist. Moment, ich muss ja aber kurz noch belegen. Was ist das passiert? Kein Saft. Verdammt. Wir müssen den Strom weg anschalten, hier muss irgendwo ein Generator sein. Da oben sicherlich. Ja, gehen wir mal nachschauen. Hm. Mal sehen. Was zum... Das sieht aus wie ein riesiger Korkorn. Schleim. Das ändert mich an Mohamed's Dusche. Schau mal, es bewegt sich. Fass es nicht an. Sei bloß vorsichtig. Ignorieren uns einfach, vielleicht. Oh Gott, schnell. Chris, Moment. Da ist noch Munition für dich. Oh, danke. Oh, ich bin so angeschlagen, Chris. Ich bin mir jetzt auch noch unbedingt besser. Doch! Missiles? Wow. Maybe they're planning to start a war. Uroboros? Wesker. Was sind Teufel? Wesker? Wie kommst du auf Wesker? Vertrau mir. Hm, du scheinst ihn ja zu kennen. So gut. Moment. Da. Ich hab was. Ich hab ein rotes Kraut gefunden. Das könnten wir gebrauchen. Da ist noch mehr. Wie machen wir das jetzt anders? Keiner von uns hat einen Slot. Und ich will nicht unbedingt die Sieg abgeben. Moment. Ah, Moment. Hier. Oh, hat genau gereicht. Komm her. Oh. Hast du alles geholt, was es hier gab? Ja. Schau hier. Ich hab den Generator gefunden. Gib mir kurz noch Pistole Munition. Gib mir gleich alles, dann gebe ich dir 20- äh 30 zurück. Ist egal. Mann. Also, auf drei. Komm, schau hier in den Strom ein. Drei. Das muss der Generator geben. Perfekt. Komm, jetzt geh mir weiter. Hast du das gehört? Was war das? Moment kurz. Hä? Welche Dinger? Okay, ich hab schweißen. Sorry. Sorry. Ähm. Äh. Sorry für die Unterbrechung. Ähm. Nimm deine Ampe. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig, Chris. Ich weiß nicht, was das war, aber... Es war ein schriller Schrei. Da. Der Kokon. Er ist offen. Der Kokon ist geplatzt. Was auch jemand da drin war. Es ist jetzt hier irgendwo. Sei bloß vorsichtig. Der Verflucht. Aber nur einer ist offen. Äh. Das ist echt irgendwie... Ich weiß nicht. Du fühlst dich komisch an. Meine Haut juckt auf einmal. Echt? Ich find's angenehm. Ich weiß es nicht. Also, was für euch Amerikaner... So ist es also... Psch, psch. Ich hör was. Ich hör auch. Du bist vorsichtig. Wow. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Glück da. Wow. Schädel. Zurück, zurück. Ah. Chris. Oh fuck. Es ist hinter dir her. Was zum... Es ist hinter mir her. Was ist der? Oh fuck, 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 fuck. Das ist ja geschehen. Ah. Ah. Chris. Ah. Ja, jetzt tun ich zu dir auf Wohlen, Sirenz. Du musst ja nicht den Tod nachmachen. Okay, das war... Fave. Ja. Also noch einmal aufpassen, ja? Hast du das gehört? Nein, was war das? Ich hab... ich hab keine Ahnung. Ich glaub ich... So, ich nehm aus irgendeinem unbegründeten Grund die Handgranate in meine Hand. Aus einem unbegründeten Grund, ja, das macht Sinn. Ja, ja, genau. Pass bloß auf, ja? Ich hör was. Was? Oh fuck. Was zum... Schnell weg da. Uah. Oh god. Dieser Geruch. Ich hab sie... Schie... Auf den Bauch. Fuck. Verdammt. Boah, das war knapp. Ah. Geh weg. Lauf, lauf. Ich hab's erwischt. Verdammt. Du hast ein Bein abgeschossen. Oh, dieser Geruch. Schnell, auf den... genau. Ist es tot? Pass auf. Okay, es ist tot. Oh Gott. Was zum Teufel. Was war das? Es erinnert mich an... Die... Nacht in der Villa. An die was? Raccoon City. Damals. Wirklich? Da war so ein ähnliches... Monster. Wobei... Das von... Das da, das sah aus... Wie eine... Kakerlake. Irgendwie eine... Kakerlake, die... Ein bisschen... Mit... Mutiert? Ja. Na ja, es ist tot. Das ist die Hauptsache. Hoffen wir's. Der Sturm ist eigentlich... Funktionieren. Da. Okay. Es geht. Okay, gehen wir. Dra. Was ist das? Das ist ein Krematorium? Wo hier Leichen verbrannt werden? Afrika, man. Pass bloß auf, dass du nicht ins Feuer gerätst, Chris. Keine Angst. Oh, ich hab ne Goldkette gefunden. Hast du sie in einen Totem gerabt? What the... Pass auf, ja? Dachte, die wären tot. Oh Gott. Diese Typen haben immer noch Reflexe, das scheint. Wow. So, ja? Ja. Oh. Sind ja ganz kuschelig da. Da, ich seh den Ausgang. Ah, fuck. Los. Okay. Da sind Kisten. Ja, die Sachen, die wir gleich holen. Ja, das ist nur Geld. Geld. Was sollen wir mit Geld? Keine Ahnung, vielleicht können wir irgendwo was kaufen. Von einem Stranger. Vielleicht sollten wir den Strom wieder abschalten. Hm. Was für ein Stranger denn? Da ist ne Tür. Ich weiß nicht, irgendein Stranger, der Zeugs verkauft hat. Ich habe mal eine Akte gelesen. Von einem deiner Kollegen. Leon Scott Kennedy. Der hat was über einen Stranger erzählt. Na ja, den Bericht kenne ich. Der Vorfall in Spanien. Schau dich doch nur mal um. Was? Überall Rost. Ist das dieser Matsch von Mohamed? Definitiv. Irgendwie fühle ich mich jetzt wieder vertraut. Da. Noch mehr Matsch. Pass bloß auf. Fuck yeah. Wow. Ein paar Kisten. Vier Stück. Brandgranaten. Gewehr Munition. Brandgranaten und Brandgranate. Aha, Moment. Ne, ich nehme in die Brandgranaten. Nimmst du sie? Ne, ist schon gut. Da ist ne Tür. 20 Pistole Munition. Nimm den Rest. Kann nicht. Kannst du nicht? Ne, ist schon voll bei mir. Moment. Dann ähm. Aber warte, ich könnte nachladen. Dann mach mal. Na toll. Eins. Äh. Moment. Ähm ähm ähm. Theoretisch. Egal. Nein, also egal. Na doch, hast recht. Das werden paar Schüsse sein. Öfft ihm wie die Tür hier. Na drei. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Da. Drei. Drei. Vielen Dank.